Hallo, ich bin die Sandra, ich bin 18 Jahre alt und ich bin jetzt frisch nach Rosenheim gezogen, um hier zu studieren und ich freue mich schon auf das Studentenleben hier. Ich bin 18 Jahre alt und ich bin 20 Jahre alt und ich bin 20 Jahre alt und ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt und 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 ich Vielen Dank.